So, wüste, ich hab dich gleich wieder. Oh man, Gott. Ich hab jetzt nicht damit gerechnet, dass ich wirklich auf dem Gras lande. Bei dem Jump. 500 Meter noch. Das sind mehrere Skelette bis morgen. Ich glaub, ich weich da mal lieber aus. Oh, nochmal ein paar. 400 Meter noch. Und wenn ihr, ja mindestens, jetzt müsste man gesehen haben, dass ich Minecraft gekauft hab, ne? Wenn jetzt ein paar Leute fragen würden, warum, warum hast du den Skin von Hardy geklaut? Ganz ehrlich, mir gefällt das Skin und ich treu gerne selber herum, also von daher passt das. Hardy Twoking FTV. So. Das wüsste ich jetzt was zu sagen. Gibt ja vielleicht Leute, die dieses Spiel quacken, aber das ist ein bisschen armselig dafür. Finde ich jetzt persönlich, aber... Ehrlich gesagt, ich hab's selber auch gemacht, dass er von da ist. Mit der Meinung scheißegal. Hauptsache, ihr mögt das und zockt es auch gerne. Fällig. Aua. 200 Meter noch und ich hab's geschafft, meine Sachen zurückzuholen. Hier ist wieder eine geile Höhle. Und ich bin voll drüber gejumpt, ey. Alter. Holy fuck. Gut, dass ich die Schwinde gehört hab, weil sonst wär ich jetzt weg. Wahrscheinlich. Ab in die Lava und wär nochmal gestorben. So, zack, zack. Zack, 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 zack. Nein, jetzt kann ich nicht mehr jumpen. Äh, spinn, 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 nein, da kommt eine Spinne auf mich zu. Nein. 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 Da liegen meine Sachen. Nein, hier sind ein paar Spielen gespawnt. Nein, nein. Bitte nicht. Nein, ich will nur mein Schwert haben. Alter. Fick dich doch. Mein Gott. Ich hab mich jetzt richtig konzentriert, weil ich hab jetzt keinen Bock gehabt, normalen zu rennen. Okay. Was mach ich jetzt am besten? Ich iss jetzt erstmal. Das ist das Beste. Schön immer umdrehen und so. Das heißt, dass ich mich erstmal hier, äh, safe. Ich darf jetzt 6 anlocken oder so. So, ich hab hier so in der Nähe. Nix. Ich muss mich grad wieder ein bisschen, äh, Äh, wie heißt, ich hab jetzt das Wort vergessen. Schön wieder. Ich wusste mich wieder... Ne, wie viel nicht, aber... Regenerieren, genau. So. Eigentlich könnte ich jetzt durchwaschen, oder? Ja, ich mach's. Ja, ich springte doch die Lappen. Das Problem ist jetzt, ich hab kein Schwert und das muss jetzt so durchwaschen. Na, das hab ich wenigstens gut geschafft. Und auf den Eis spring ich irgendwie schneller, also von daher hat das gut gepasst. So, hier an der, ähm, verkackten Höhle vorbei wird, zb, äh, schlucht. Dann hier, erst mal mal geil vorbei, über die Höhle jumpen, tsch, zack. Äh, dann hat er aufgehört zu sprinten, ey, fuu. Hier sind ein paar Pilze, die mich nicht mit... Jetzt bin ich wieder schneller gejumpt, so, als bin ich gegen irgendwas gejumpt. Äh, hier sind ein paar, äh, Schweine, aber da will ich jetzt nichts töten. So, Nacht müsste eigentlich gar nicht vorbei sein. Vielleicht hab ich Glück und bin zu Hause bei dem Tag. Ich werd beschossen. Verdammt. Jetzt hab ich grad irgendwie an Arctic Combat erinnert, nur... Ach, scheiße. Alter. Die sind irgendwie aiming... Die aimen irgendwie noch besser als sonst. Jetzt nicht in die Lava, okay. Das war gut. Einfach weiteren, einfach weiteren. Ich bin vor, es gab nicht jumpen, äh, ich jumpen und renne. Juhu. Da könnte jetzt virtuell eine langweilige Sache gewesen sein, aber es ist scheißegal, ich will nur meine Sachen dazu da haben. Und ein paar Karotten. Obwohl wir nicht schon gleich dabei wären, das wird grad Tag. Ich kann, glaub ich, weiter suchen gehen. Ohne Schwärz. Ich werd jetzt einfach an alles vorbeischauen, was geht, und nicht in die Lava springen oder so. Ich muss jetzt irgendwie wieder Wüste finden. Schön. Ein verkacktes Geld vorbei, fast in die Schlucht gefallen oder was immer das war. Ist mir egal. Haben wir hier irgendwas in der Umgebung? Alter, hab ich das gut gesehen. Das hab ich gut gesehen. Oh, man. Nein. Ich war so klar. Da beginnt irgendwie da irgendwas mit Wüste. Sieht zumindest nicht so aus. Und da ist die Schlucht oder so, ne? Ja. Ja, voll tolle Schlucht und so. Ich hab's sogar geschafft, da drüber zu springen. Nettniswüste. Und es ist morgen. Jawohl. Ich würd jetzt einfach nur durchwaschen. Nicht nach Hause. Da ist die Schlucht. Das seh ich aber. Nur kurz reingucken. Die ist tief, aber da ist nichts Wichtiges drin. Wie zum Beispiel so eine Mine. Wo man Melonen und so ne Scheiße abstauben kann. Oder Kürbisse, aber die Kürbisse hab ich schon am Anfang gehabt. Aber warum muss das jetzt kommen? Das kam jetzt ein bisschen spät. Renn nochmal. Mein Gott. Okay, ich muss jetzt da oben. Ich kann jetzt grad wahrscheinlich wieder in die... Ja, ich kann wieder in die andere Richtung, aber das ist mir scheißegal. Letters Death Point. 600 Meter entfernt, ey. Und ich kann nur für verkackte Karotten in ein Dorf. Oder sucht zumindest eins. Jetzt wüsstest du, wenn ich gleich die Umgebung... Ja. Hier war ich gerade schon. In der Nähe. Ich sollte vielleicht gleich mal in die andere Richtung werden. Bedeutet, ich kann jetzt gleich wieder nach Hause, oder? Na, wir machen mal kurz hier irgendeinen... Ne, Wüste-Tempel. Editieren mal kurz. Machen die Scheiße an. Machen den Death Point weg. Tschüss, Death Point. Und dann... 600 Meter entfernt. Also bald, wir waren jetzt ungefähr... 1200 Meter weg. Oh. Ne. nicht jetzt so go go nein ich war schon kurz davor wahrscheinlich zu Hause zu sein oder so na okay was heißt kurz davor wahrscheinlich so einige hundert Meter entfernt oder so ich würde gesagt er konnte jetzt ein bisschen langweilig gewesen sein aber es ist mir scheißegal denn nur weil ich diese verkackten Karotten komplett mitnehmen musste und ich dann in die Lara gefallen bin bedankt euch bei den verkackten Creeper musste ich jetzt wirklich rennen in irgendeine Wüste und ganz ehrlich ich habe auch wirklich null Bock mehr gerade liegt halt daran dass ich in die Lara gefallen bin und drei oder viermal gestorben bin ach komm du verkacktes Schwein lass mich nochmal hier in Ruhe weiter rennen ne das schaffe ich nicht na da habe ich geschafft so noch 300 Meter gehen wir mal lang ist halt nah dran so schließlich könnte hier überall noch eine Wüste sein also von daher müssten wir muss ich hier mal so ein bisschen entlang rennen wir könnten eigentlich auch Wölfe mal sein wäre auch mal schön wir rennen jetzt mal hier in die Richtung wenn nicht brauche ich hier ein bisschen Holz ab und mache mir eine Workbench und habe ich noch was dabei aber ja ich konnte mir neue Schwert machen und dadurch ein paar Tiere töten so hier ist ein bisschen mehr wahrscheinlich oder so ja kann sein ne hier ist wahrscheinlich nichts mehr hier ist nur noch mehr das sieht also nicht gut aus wir rennen wieder einfach mal wieder zurück ah Gott eigentlich hatte ich vorher ein Haus zu bauen ein bisschen in die Höhle zu gehen warte mal jetzt wir rennen hier rum weil wir in die Lara gefallen sind und suchen nach Karotten Kartoffeln muss ich's helfen muss ich mich anbauen es fehlen mir nur noch die Karotten und dann geil ist Tutti Frutti ja wie schon gesagt wir müssen einfach mal in die andere Richtung gehen mal gucken was das so ist was auch schon mal lustig war ich hab ein Spawner in im Eis gefunden ach Gott jetzt bin ich grad aus dem Schneebium raus ey mein Gott natürlich musste der jetzt kommen äh das jetzt kommen Entschuldigung das war kein Lied ey das ist ähm Mary Express oder so von KSC Beats by the way macht der wirklich gute Beats muss man einfach so sagen von KSC Beats kann sein dass ihr die überhaupt nicht hört aber das ist mir scheißegal ich hör sie so langsam geht uns das Essen aus bedeutet wir gehen wieder zurück ja genau jetzt haben wir noch sechs von äh von dem Hühnerfleisch wir sollten wahrscheinlich dann mal hier rüber gehen komm ich gleich an der Dingens raus an dem Strand sollten wir zumindestens wir sind einfach nur warte mal was ist da was ist denn da unten da ist so ein Gebirgebiom BZB ok was heißt Biom das ist eigentlich Gebirgeteil der hinten müsste man eigentlich gleich mein Haus sehen sind noch 200 Meter vom Tübel fährt und da ist das Haus wie geil wie stylisch das auf der Map aussieht auf der Map aussieht das war warum spricht dazu blöd naja ich hab nix gedrückt gerade kann mal öder so hallo was geht ich sehe mein Haus zwar noch nicht aber da hinten ist es eigentlich dort ist es es ist so ein bisschen glas sieht man da durch den Weiltren hier mal gerade so ein bisschen oh Gott hier ist ein Creeper eingeschlagen muss hier mal alles so ein bisschen plätten hier zumindest jetzt konnte ich ein paar Wege bauen hier so durch oder so keine Ahnung machen wir schon so hallo Haus was geht so erstmal Karotten wegbringen wichtig so jetzt brauche ich eigentlich Holz aber ja auch noch ok wartet mal das habe ich zwar auf dem na ist egal ich habe gerade echt null Bock wenn ich das so sehe ich gucke mal kurz nach wie lange ich schon aufgenommen habe mh irgendwann mit 36 das sind zwei Folgen aber komm dann lasse ich das bei heute ich habe echt null Bock mehr gerade ich hoffe es hat euch gefallen bis zur nächsten Folge tschö bis zur nächsten Folge bis zur nächsten Folge bis zur nächsten Folge bis zur nächsten Folge Vielen Dank.